Set-Designer Rolf Buck, 51, DIY-Experte Erik Schroth, 34, und Interior-Designerin Christine Kaltmar, 42, verschlägt es direkt die Sprache, als plötzlich eine Videobotschaft der Robensee erwartet. Haben wir eine Promi-Ausgabe jetzt? Der selbsternannte Problemraum ist ein 30 Quadratmeter großes Wohnzimmer mit Blick aufs Meer. Wir haben einfach nicht dieses Händchen fürs Einrichten, klagt Caro und auch die Deko-Profis sehen bei der Umgestaltung einige Hindernisse. Es soll kuschelig sein, nicht so modern. Es muss ein bisschen mediteranes Flair haben, dass es zum Ausblick passt, wünscht sich Caro, Andreas nickt zustimmend. Die drei Profis machen sich ans Werk und präsentieren den Auswanderern kurz darauf ihre finalen Ideen. Doch nur einer der drei erhält am Ende den Zuschlag und darf das Wohnzimmer der Robens auch tatsächlich dekorieren. Erik punktet direkt mit einer roséfarbenen Fototapete im Aquarell-Look. Davor soll ein organisch geformtes Sofa und eine Kakteenwand Platz finden. Das Sofa stößt bei Andreas jedoch auf Unmut. Wie soll der Bodybuilding-Riese auf so einem kleinen Möbelstück Platz finden? Doch auch die Entwürfe von Christine und Rolf kommen bei den Auswanderern gut an. Jeder Entwurf hatte ganz speziell was. Das geflasht hat, erklärt Caro und ergänzt es war echt sauschwer, nachdem sie sich für den Sieger Erik entschieden haben. Nur das Sofa soll durch ein anderes ersetzt werden, gibt Andreas zu bedenken, der immer noch auf Kriegsfuß mit dem Deko-Profi Erik macht sich ans Werk und setzt seine Ideen in die Tat um. Als Andreas dann in seinem neuen Wohnzimmer steht, bekommt er Gänsehaut. Man könnte fast heulen, sagt er gerührt. Jetzt kann man endlich mal mit Freunden hier sein.